Heute habe ich für euch von Contorium D2 Geräte geholt. Krenzler hat auch an das Ordnungssystem gedacht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schlauchtrommel dabei ist. So, das sind Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Hallo zusammen, ich bin der Ala von der Firma Schneider Works Handwerksgruppe. Und heute habe ich für euch von Contorium D2 Geräte geholt. Einmal der CA1130 und einmal der Quadro 1000 TST. Der Hauptunterschied ist, dass das Quadro-Modell arbeitet mit Kaltwasser und das Thermo-Modell arbeitet mit Heißwasser. Kommt mal mit, ich zeige euch die Vorteile, warum ihr Krenzler kaufen sollt. So, das sind Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Wie zum Beispiel der Griff. Der ist klappbar, der geht nicht so schnell kaputt und du sparsst Platz. Und die gleiche Funktion hast du hier auch. Das ist sehr, sehr praktisch. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schlauchtrommel dabei ist. Und die Schlauchqualität ist sehr hochwertig. Und das gleiche haben wir hier bei den Thermo-Modellen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir alle kennen das Problem, Teile zu verlieren, Zeit zu verschwinden, die Teile wieder zu finden. Aber Krenzler hat auch an das Ordnungssystem gedacht. So wie ihr hier seht, die Lanzen liegen ordentlich und alles ist schnell greifbar. Und das haben wir bei beiden Geräten. Die beiden Geräte haben vier Räder. Und das ist sehr praktisch bei uns in der Firma, da wir die Geräte häufig hin und her schieben. Und weil wir die manchmal aufs Regal stellen müssen, haben wir zwei weitere Pluspunkte. Zum einen steht er super stabil auf vier Rädern. Zum anderen, die Räder kann man auch bremsen. Bei den Kaltwassergeräten haben wir ein großes Edelstahl-Manometer, was sehr gut ablesbar ist, auch während der Anwendung. Bei den Heißwassergeräten haben wir ein großes Bedienelement, was auch sehr gut geschützt ist, aber trotzdem ablesbar ist. Und bei beiden Geräten haben wir Wasserkästen. Das heißt, wir brauchen kein Wasser mit einem hohen Druck. So, genug geredet. Jetzt zeige ich euch die beiden Geräte in Anwendung. Und jetzt zeige ich euch die Anwendung von dem Kaltwassergerät. So, Freunde, jetzt habt ihr die Vorteile gesehen. Die zwei Geräte haben Top-Qualität. Und um dieses Kanzlergerät zu gewinnen, müsst ihr zwei einfache Schritte machen. Einmal Kontorium abonnieren und einmal in die Kommentare schreiben, wofür braucht ihr das Gerät. So, Freunde, das war es heute von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns im nächsten Video.